Ja, das stimmt. Ich hatte ein Gespräch mit dem Verein und am Ende hat man mich so entschieden mit dem Verein, dass ich da bleibe. Ja, wie sie vielleicht auch mitbekommen haben, ich bin jetzt nicht in der Champions League, was mich gestern extrem schockiert hat und weil man mir was anderes versprochen hat letzte Woche und man mir was anderes gesagt hat und hätte ich meine Konsequenzen daraus gezogen, wäre ich ehrlich gesagt auch nicht geblieben, weil für mich war eine Bedingung, in der Champions League dabei zu sein und der Schock sitzt extrem tief bei mir und ich kann es mir nicht erklären für mich, keine Ahnung wieso, warum, weil ich letztes Jahr vor allem in der Champions League sehr, sehr gut gespielt habe und es gab auch keine Begründung bis jetzt. . Musik 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 Und love is always...